hallöchen zum vorletzten türchen zur 23 was ist das da ist noch was da ist noch ein 24 dann bin ich mal gespannt und hier haben wir noch ein elektrikerschraubenz hier drin ein richtig ein richtiger krevenzmann deswegen war das auch so schwer der ist echt schwer ein kreuz wieder bis 1000 volt oder genau der erst wieder der also diese elektrikerschraubenzieher diese spannungsdings kirchen wie man die dinge auch nennt sind echt heftig von der verarbeitung her echt krass schönes teil dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder zum heiligen abend und